So, also dann wollen wir mal mit unserer Tour durch Nadoret beginnen. Ja, wie man nämlich sehen kann, wir haben noch nicht besonders... Okay, wir haben eigentlich schon ziemlich viel aufgedeckt, aber noch nicht alles. Es gibt noch ziemlich viele Gebiete, die fehlen. Wir waren zum Beispiel auch noch nicht im Tor Waller Lager. Und so weiter. Aber das Erste, was wir noch machen, ist kurz mit Laurelin sprechen, und zwar über das Wehrwolfs-Problem. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Ja, und zwar wollen wir mal nachfragen, was du uns über den Wehrwolf sagen kannst. Wir haben ja in deinem Auftakt den Blutwolf erledigt, und es klingt so, als ob das irgendwie einen Zusammenhang hat. Er weiß Bescheid. Für diesen Wehrwolf gibt es kein Zurück mehr. Er muss zur Strecke gebracht werden, wie ein verwundetes Tier, das noch nicht mehr wenden kann. Wenn dem so ist, dann muss man es so machen. Aber kannst du mir noch mehr darüber erzählen? Leider ist es für dieses Wesen zu spät. Die Kräfte der Marder alleine würden ihn nicht morden lassen. Es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Äh, wäre es dann vielleicht nicht gut, den Grund herauszufinden, was dahinter steckt. Okay, was sollen wir dagegen tun? Ich werde in den Wäldern Ausschau halten. Hilf du, Nierulf. Seine Yama ist hell, und er braucht unsere Hilfe. Mhm. Ich kann immer noch kein Elffisch, aber gut. Gut, ich werde deinem Rat folgen und Nierulf helfen. Also, soviel dazu. Aber es gibt noch mehr zu erledigen. Erst einmal werden wir uns Nadoret, also die Stadt selber, genauer angucken. Es gibt einige Orte, in denen wir noch nicht drin waren. Zum Beispiel der Pryos-Tempel. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Also der Pryos-Tempel zum Beispiel. Und bestimmte andere Sachen garantiert auch, wo wir noch reingehen können. Und etwas entdecken. Ach ja, und Feuerfliegen müssen wir noch loswerden. Hier sind ja schon wieder ordentlich viele Nester von ihnen. Und der Angler da hinten angelt immer noch in Frieden. Aber ich würde sagen, bevor wir hier anfangen, Feuerfliegen zu töten. Erstmal zur Kaserne zurück, weil wir haben ja gehört, gerade wegen den Feuerfliegen, dass der Imker jetzt doch verhaftet wurde. Und hier irgendwo angeblich in Verwahrung ist, in Gewahrsam. Ist er das nicht sogar hier in der Zelle? Äh, dieser Verrückte hat schon wieder Feuerfliegen gezüchtet, die jetzt die Bevölkerung bedrohen. Ja, genau. Es tut mir leid, ihn so zu sehen eigentlich nicht. Aber wir haben ihn gewarnt. Feuerfliegen sind gefährlich. Jeder liebt ihren Nektar. Aber wenn sie mal kurz in die Stadt fliegen, sind es plötzlich blutrünstige Feuerfliegen. Schnucklige kleine Bienchen sind es. Wir wollen doch nur spielen. Summ, summ. Ist er jetzt dem Wahnsinn verfallen, oder ist er wirklich so naiv? Naja, man sollte mal die Feuerfliegen zählen, die sich geben. Es sind gefährliche Monster, die jeden Augenblick unser Vieh oder sogar unsere Kinder anfallen könnten. Mhm. Ja, ich kann mich um die Feuerfliegenplage kümmern. Können Sie das wirklich tun? Das ist großartig. Ihr müsst die Nester mit den Königinnen finden und sie erschlagen. Sonst werden sie sich vermehren und wir können ihrer gar nicht mehr Herr werden. Äh, woher kommt jetzt auf einmal dieser Sinneswandel? Naja, gut. Von wie vielen Nestern reden wir? Wenn ich bei seinem Gaprabbel richtig aufgepasst habe, sind es zehn Königinnen. Sie nisten meist in Bäumen. Wenn ihr mir alle zehn Stacheln bringt, gibt es eine Belohnung für euch. Okay. Ich werde euren Fehler ein weiteres Mal korrigieren, aber nur den Leuten aus Dardorät und den Tieren des Waldes zuliebe. Ja, du sollst in der Zelle versauern. Und wir haben sehr, sehr viele Fragezeichen auf der Karte gekriegt. Auf die Karte gekriegt. Ja, das ist wenigstens gut. Da wissen wir, wo die Feuerfliegen sind. Also hier oben sind schon mal drei, hier sind drei und da sind noch mal vier. Aber gut. Vom Zeugwart Ja, genau, die Königin Töne, das ist das neue Quest. Vom Zeugwart haben wir ja hier diesen... Äh, wo ist er denn? Ach, den haben wir gar nicht hier, den müssten wir... Hier haben, genau, den Steckbrief bekommen. Und zwar, ähm... Sollen wir die Familie Beckbold noch ausschalten. Das ist auch noch eine der Aufgaben, die wir uns annehmen werden. Die werden sich wahrscheinlich auch hier in Nardorät rumtreiben. Und vielleicht gucken wir auch mal zur Trollbrücke oder wie die noch mal hieß. Die ist ja hier drüben. Was auf der anderen Seite ist, interessiert mich nämlich auch ein bisschen. Und was hier sonst so ist. Aber das erste, wo wir vorbeischauen werden, weil sie uns die Feuer fliegen lassen. Ich glaube, wir werden die hier gleich ausräuchern, weil sonst wir spawnen die, glaube ich, auch immer wieder. Genau, die hier. Die wollen unbedingt schnell sterben. Also, lassen wir sie schnell sterben. Die sind nämlich... Naja, Feuer fliegen sind eigentlich keine Gefahr. Zwei Lebensenergie. Ist nur eine Verschwendung von Pfeilen. Aber sei es drum. Schalten wir sie lieber schnell aus. Bevor sie... weiter nerven. Die Königin... Was für eine komische Gegel. Selbst die Holzfäller fahren hier auf Schiffen herum. Das sind Torwahl. In Alena habe ich schon öfter solche Kerne und ihre Schiffe gesehen. Also... Nein. Okay. Da hinten ist das Torwaller Lager. Pfeil hält sie für Holz. Fäller, das ist schon mal ein guter Start. Nebenbei, wir haben doch... Beziehungsweise Pfeil hat ja eine neue Fähigkeit. Sollten wir gleich mal... äh... Fernkampf... hier unten hin... packen. So. Fogrim hat... Hat Fogrim noch was Neues? Nein, der hat nur den defensiven Kampfstil gelernt. Und Koano hat leider auch nichts Neues. Also zuerst gucken wir mal bei den Torwallern vorbei. Die Feuer fliegen lassen wir hier einfach mal liegen. Pfeil ist halt schon wieder keine Munition mehr. Ja, da sollten wir auch demnächst vorbeigucken beim... äh... Bogenbau und uns ein... eine Anleitung für eigene Pfeile holen. Und mehr Einbeeren sammeln. Ich hab ja alles für Einbeeren... alle Einbeeren bereits verbraten, die ich hatte. Ah, die Einbeersäfte haben uns schon... vor allem bei dem Dämon ziemlich... den Allerwertesten gerettet. Deswegen... sammeln wir Einbeeren so gut es geht. Mann, sind das Feuerfliegen. Kein Wunder, dass... dass das so ein Problem ist, wenn da so viele Feuerfliegen... fliegen in diesen Nestern... drin... rum... aber sie fallen... fallen zum Glück wie die Fliegen. Ja, tolle Wort, witzig weiß. Na gut, was erwartet man auch bei zwei Lebenspunkten? Abenteuerpunkte... geben sie eh keine... dann können sie also auch... schnell sterben. So. Äh... Ich bin mit Feuerfliegen-Gift vergiftet. Also kein Feierlister... ist ruhig mal wegheilen. So. Letzter Baum... äh... Letzter Bienen... letztes Feuerfliegen-Nest hier... trage ich schon Bienen dazu. Und... damit haben wir die ersten drei Feuerfliegen hier schon... Feuerfliegen-Nest hier schon mal... eliminiert. Sind es also nur noch sieben. Und sind auch gleich bei den Torwallern. Und können wir ja mal herausfinden... was die hierher treibt. Ist nämlich ungewöhnlich... dass Torwaller so tief in den Süden kommen. Und dann so friedlich außerhalb der Stadt kampieren. So. Die Einbeeren habe ich schon gepflückt. Okay, das hier sind Torwaller. Hier am Baumstamm hängenbleiben ist doof. Hier rein. Hey! Ich will meinen, der will uns eine aufgetakelte Landratte... einen Besuch abstatten. Ähm... Er ist schon mal sehr freundlich. Okay, wir könnten jetzt... gerade in zwergischer Soldaten-Manier... ihm den Konter verpassen. Und das machen wir auch. Das sind Torwaller. Mit denen... diplomatisch vorgehen kann man nicht so wirklich. Also, nun, was macht ihr Schiffsraten... so weit entfernt von eurer Heimat... mal wieder ein richtiges Bad nehmen, würde ich meinen. Haha, gut gekonnt hat das wohl. Du verstehst es, ein Torwaller richtig zu begrüßen. Ja, das ist die Krieger-Mentalität. Wenn sich zwei Krieger in die Augen sehen, verstehen sie sich oder so eben nicht. Nur, wenn du was willst, red mit Inu, dem Moha da hinten. Der hat hier das A. Ah ja. Gut, hast du uns noch was zu sagen? Okay, im Augenblick... willst du nicht mit uns reden? Der singt. Also reden wir mal mit Inu hier, genau. Dann springen wir mal. Was für dich in unser Lagerherzwerk? Sag, was du zu sagen hast. Äh, der klingt irgendwie... Ich weiß nicht, was für ein Akzent das ist. Auf jeden Fall... Klingt ja nicht so... nicht so, wie er aussieht. Ja. Meine Beine und meine Neugier. Meine kurzen Beine, wenn's recht ist. Weshalb seid ihr hier? Wir kamen hierher, weil unser Kapitän es so befunden hat. Aha, wer ist dein Kapitän und wo steckt er? Wenn du es nicht willst, ich sehen hier nicht... ...den Eisleif vor Wulf fiel erst, Befallungslager zu bleiben, während er einige Orte anklang des Flüsses erkunden wollte. Allein. Doch allmählich sorge ich mich. Er ist schon zu lange gefordert. Ah ja. Das habe ich ja schon gesagt, als die Thor-Waller hier angekommen sind in der Zwischensequenz, dass das Phyllison war, der hier gelandet ist. Man hat ihn ja auch gesehen in der Zwischensequenz kurz. Und wer das Spiel kennt, wird wissen, dass er auf der Aethon-Packung abgebildet ist. Ja, aber was ich noch sagen wollte, was man sieht, und zwar hier im Hintergrund haben sich noch mehr Thor-Waller eingenistet. Die sehen nämlich auch aus wie Drachenboote. Nur mit Zelten. Also ein bisschen besser als die hier auf der Flussseite. Ah ja. Klingt zwar ein bisschen, also unzwergisch, aber wir werden auf jeden Fall helfen. Also sorgt euch nicht länger. Ich werde nach ihm suchen. Habt ihr denn eine Art, wo er stecken könnte? Geh in die Willen, in die zollfeste Türsteine. Dies ist der Ort, denn meine Träume in Wiesen. Ich hoffe, du findest ihn, wenn er noch dort ist. Äh, deine Träume. Okay, hast du vielleicht ein bisschen zu viel geschnüffelt? Aber gut. Ja, dazu würde ich gerne mehr wissen, bevor ich mich auf den Weg mache. Na schön. Was willst du wissen? Ja, was hattest du mit deinen Träumen auf sich? Wenn ich das nur wüsste, oft fühle ich mich in den Dunkeln wieder und höre diese... diese Stimmen. Manchmal sprechen sie als eine Stimme. Einander mal ist es, als würde all diesen Stimmen gegeneinander reden. Äh, okay. Mit Stimmen über Stimmen machen wir uns nicht lustig. Das ist ein bisschen höherer Hokuspokus. Er ist ein bisschen unhöflich dafür, dass wir seinen Käpt'n suchen wollen. Ja, und zwar... Wir sind noch neugierig. Und zwar, was nach was sucht äh, Käpt'n Fogwulf eigentlich? Und warum lässt er sich durch eure Träume leiten? Der Kapitän sagte, dass meine Träume mit der Bitternis Freude zu tun hatten. Mehr wollte er nicht preisgeben. Ich hoffe, dass dieser furchtbare Spuck aufhört, wenn er gefunden hat, was er so hat. Ähm... Ein Freund von dir oder von deinem Käpt'n? Das sagst du uns natürlich nicht. Es ist eine Neugier nun gestillt. Nein.